Das ist ja voll der nette Brand, äh, der nette Garen. Brain! Ach, jetzt habe ich hier einen Klepto gegen mich. Wenigstens kriege ich auch Gold, wenn ich Auto-Attack. Dieser Körper ist nur einer von mir. Und mit der Ignite raus. Mit der Ignite raus auf so einem frühen Position? Und warum Dash Lushen einfach mal in den Azrael? Äh, jetzt schon ein bisschen verrückt. Nice. Ich habe ja auch mal beide. Nope. Hm. Ich kann noch ein bisschen entspannter spielen hier. Irgendwie pushen wir jetzt ganz schön heftig rein. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von gegen Alistar. Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von gegen Alistar. so übel rein zu pushen. Ich dachte, der Lushen tötet den dann mal. Der hat kein... Okay. Nimm mal Mind. Nice. Wenigstens das noch. Dann kann ich mir sogar das bessere holen. Oh, nice. Good job. Notion. Oh. Don't do this. Der hätte fast eine Arcadi gefeedet. Ja, ich hab's rechtzeitig eigentlich gepinkt, dass sie miss ist. Ja, der hätte sie auch eher gefeedet, weil er sie unbedingt töten wollte. Die ist backgegangen jetzt. Aber der Lushen müsste jetzt übel hetzern unten. Dieser Körper ist nur einer von vielen. Hm. Was haben die denn da? Ich hab... Graves. Ja, Herr Graves. Ich kann die XP mit absnacken. Das war kein Fehlschuss. Das war ein... Beinahe Treffer. Da-da-da-dung. Du-du-du-du-du. Moment mal. Meine passive triggert auch meinen Spell Thief? LOL. Das wusste ich gar nicht, dass ich es auch so Stacks abbauen kann. Hm, 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 hm. Ey, das nervt mich hart. Okay, Garen hat hier unten sein Animal gefunden Ich darf die Qs nicht mehr so heftig nehmen Aua, komm schon, blöde Hitbox Doofe, doofe Hitbox Evolution will ja auch nix mehr tun gerade, nix aggressives Theoretisch könnte man jetzt hier unten ganken, wenn man wollen würde Dann nur gegen Alistar und Azri, glaub ich, ziemlich schwierig Ach komm schon, das hätte nie und nimmer getroffen Ach man, die wollen mir kein Gold geben, ist das nervig Ach ja, die haben doch noch einen Zeitpunkt da im Mittelfall und nachdem es ja ewig zeiten nichts passiert ist aber sie dann getötet okay bin ich okay 6 haben sie vorne 6 zweimal getötet ist eigentlich ziemlich nice ja das ist noch keine aufgabe nicht und zwar 8 minuten 38 500 gold verdienen meine mit meinem item okay das ist nicht so schön dass die mitte miss ist die mitte ist nicht so miss wie du irgendwie gesagt hast glaube ich ja der kam von unten aber er kann ich ja da der will aber jetzt da rein er hätte so wie pingen können hätte dieses voll mit er drücken und keine ulti warum hast du so stehen gank davor halt was so die bitte von meiner leiden du solltest aber auch weggehen tatsächlich bevor jetzt stirbst und umtauern weil in der akadie und so jetzt habe ich wieder holt oh ne sie sind beide daraus okay dann kann ich hier unten bleiben also nervt er mich die haben doch hier keine vision ja es wird super nervig tatsächlich ekelhaft ich werde jetzt da hin ich bin schneller wieder auf der lane ich habe tp ach shit da merkt man halt den ignitenhof da merkt man halt den ignitenhof da merkt man halt den ignitenhof jetzt muss ich aber weit zurücklaufen sonst bin ich hier gefahr wenn ich hier blöd backporte akt一定要 erulte und hat einfach oben declining er kommt ja naja sagša nur dass das doch verschirmen auscher tier darum ging es mir ja gegen den bräuchten sustain und ich habe ein pinkwort gebraucht shit ja ich gehe noch weg und wir wechseln das trinket haben es auch vergessen haben alter kann es mir nervig sein dann können wir in meiner elu leute es mir spielen was soll denn ok da denke ich jetzt aber doch viel doch nicht daran ich will eine schneise brennen er ist mir nicht richtig übeln der exotet mich halt einfach habe ich meine ul zu früh gezündet warum kämpfst du in den graves überhaupt du musst einfach nur farmen wir gewinnen das gerade über die botlane ja oh oh nö solution hat es leider nicht gesehen dass da jemand kommt ja und ich habe es auch wieder nicht gepinkt ich trottel da sie tot war wenn die tot sind oder wenn die wenn die gegend werden und so dass ich hoffe dass man manchmal nervt mich selbst grad ich bin ja das machen das würde aufhören ja sie haben halt keine haben keinen dragon controller so wie er spielt dummerweise er geht auf kills den oktober statt auf die kontrollen von den dragon die haben halt ein erd und höllendreher schon ja das haufen gold und gekriegt durch die turm zerstörung aber das ist halt nur auf ihm und nocturne kann im late game leider komplett nichts carrying kommen wir sind die mitte zu dir oder wollen sie gerne ja 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 ich rede auch mal weiter auf die top denn würde ich sagen oder auch nicht lebt gar anders das sieht schwer aus wie wärs denn mal mit so was hier noch mitmacht man gar nicht zu spät überlegt dass wir mitmachen können ok nevermind ich gehe die web immer holt das könnte jetzt kritisch werden was aber wir haben keine wünschen problem ist ja das ding ins weg ist jetzt haben wir wünschen nevermind lassen wir hier rausgehen ja das ist eigentlich nämlich liebe zu eines tals zur karl die tatsächlich und nicht übernehmen finde ich aber frech Oh du willst ja kalitöten sagt doch was red doch mit uns Statt einfach nur einzeln also schön dass du schaffst aber red doch mit uns ja ich habe gesehen der nocturne kommt von hinten weißt du das war gerade so meine idee die da so lange halten dass der nocturne in ruhe ankommen ich muss b ich habe aber auch ein pp ready kann dann auf den da gehen du hast ja einiges an den ganzen wo du reingehen kannst ich habe noch nicht mehr so viel leben das ist mein problem ich will eigentlich nicht da rein ich habe nur noch halbes leben okay dann gehe ich an den tower dass die botlin immer noch pusht ist ziemlich nice für uns und wir wissen wo graves und Alistair ist perfekt habe ich mir noch mal das und zwei davon und zwar darf man kann ich irgendwo länger bleiben okay die machen da gar an lässt aber auch von kennen immer fast töten braucht nur direkt die superlohne mitte immer noch die sind nicht weggegangen akadi sie wird jetzt weg gehen wahrscheinlich ich bin ja auf dem weg ich habe auch diesmal ein pinkwort dabei aber die haben immer noch hier oben steht ein wort drin nein den habe ich weg gemacht ach so schön dass ein pink der war malen ich mag meine minis geben ein bisschen mann aber es hat verloren haben was machst du denn jetzt muss eigentlich die botle dann wieder verteidigen ich werde dir ein bisschen pushen hier das ist ja alle bekommen ja schon gedacht äh den nächsten in vorne den müssen wir kriegen ja zumindest sehr sehr gut aber hier ist halt schon vorbereitet muss ich ja mal so sagen der ist da, der dürfte uns entgegen laufen naja kommt einiges uns entgegen oh gott und der wird da war da war da war da 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 ich habe da nichts mehr boah also weiß nicht warum er da so rein geintet hat der ist mir nicht ganz klar der ist mir nicht ganz klar ja es wird schwierig das zu verteidigen ja schwieriger wird es eher das Ding zu überleben Garen kann da glaube ich nicht clean upen oder komplett? ne ja ne nicht komplett aber er hat zwei wenigstens noch bekommen also ich weiß nicht warum wir das warum ich da gefollowed ne warum nocturne dort rein holte zu gehen ja und ich bin halt noch gefollowed das war halt genauso dumm ich muss ihn da halt wirklich einfach verkaufen genau wie du es gemacht hast eigentlich ich habe ihn nicht verkauft ich bin einfach nicht rein es war nicht so schnell ich kann da nicht hinterher springen wie er das also wer es vielleicht gerne hätte geht einfach nicht das ist halt übelster shutdown gold was wir da gerade gegeben haben aber Garen steht auf 4-0 der ist immer nur fast gestorben das ist ziemlich nice oh ne das hat nicht ihr habt kein pinkwort gestellt warum macht ihr das wenn ihr wisst dass er in der Nähe ist ihr cleanst nicht don't have smite warum pink der das denn nicht warum pink der das denn nicht einfach wenn er smite nicht ready hat oh man so was ist dann nicht kacke oh man das ist halt gold was wir ihnen nicht geben müssen der aber ziemlich der hat aufgegeben gehabt Garen geht hopplen sprich wir sind jetzt zu fiat nicht perfekt Lucian geht auf einer seite was macht duschen da und warum auch und was macht nocturne da und warum zurück wann hatte ich gewordert wow nice ich hab halt nur skillshots da ist invisibility ziemlich wurst und wo sie hinläuft das ist ziemlich predictable selbst mit dem mit der cloud was ich ein bisschen komisch finde ein pinkwort hilft ja nicht mehr gegen die cloud na das ist halt true vision hilft halt nicht ja ach jetzt geben wir aber einen terminierung nach der anderen ab da hört man auch damit das ist nicht cool das ist nicht cool wollen die 60 machen wir nicht verhindern wir sind nur zu zweit zu zweit also ihr müsst es bloß verhindern tatsächlich ihr müsst bloß mit drucker vor dass sie es nicht mehr machen können und das bei dem frühen baron müssen ach komm warum warum muss man denn immer all innen ok ja durch rausflaschen tötet der baron halt für ihn lol mein dot äh die werden ja noch verfolgt what the fuck die verfolgen einen echten nocturne ok wenn er hier halt reinläuft ist es halt gg komm nicht ran der garen ist halt einfach schon tanky so ich habe gerade mit mit einer e-ult zwei leuten halbes leben abgezogen das ist schon ziemlich witzig ich habe kein mana mehr ich habe kein mana mehr das ist so bisschen das problem daran ansonsten wäre top lane eine ganz gute option wie gesagt mana low as hell alter welt der dot der mensch ist halt wieder übertrieben mit der combo würde gerne rausgehen können wir das einfach tun einfach raus weil wir werden hier flankiert von der seite und so oh oh kann ich nicht da runter laufen tschüss ich verziehe mich mal hier über die wand garen sollte dann endlich mal raus fährt gleich fünf leute auf der fresser 25 sekunden ich hoffe das schaffe ich noch ein backport schlacht zum knallzapfen wir haben da tatsächlich gut wischen drauf auf der gerät du meinst ob die kommen beim dragon ja aber brand er geht bestimmt immer noch da oben er hätte halt schon vor 20 sekunden da rauskommen gehen können da wir sind vor allem unglaublich schnell inzwischen mit dem gerät hey warum sollten sie hier hinkommen warum wenn wir jetzt hier gepinkt mit fragezeichen die ist gestunnt die dame das leben alter Tüber es geht halt tief tief am tiefesten oder so kuckuck kuckuck du bleibst mal stehen Oh, der ist sogar noch gestorben. Jaren, du könntest den Ezreal übrigens gerne ulten. Die wär's. Mein Kill. Ich hab den Ezreal. Lol. Gigi. Der Graves im All-Chat flamed. Ja. Miles ist a skill champ. Den musst du halt wissen, wann du R drücken kannst, ja? Ja, genau. Du bist halt genauso beweglich wie dein Opfer, wenn du R drückst. Tatsächlich hatten wir wieder Dot Damage of Doom, ne? Die sind immer vollreckt, nachdem die lange draußen waren. Aber ich geb's, glaub ich, mit dem Lucien mal. Der war eigentlich ganz okay beim Mitspielen dann. Ja, ich geb's dem Garen. Der Garen war auch, auch wenn er da immer oder fast immer Overstate hat. Am... Yes! Bronze 1! Dankeschön! Drunter geht's nicht. Alter. Ist Bronze 1? Ja, ich meine... Provisional... Provisional... Ranking ist Bronze 1. Oh, Bronze 3. Und wenn was du mit einem guten keinenraumgefühl bestauch? Okay?